Willkommen zurück zu Dead Island 2. Wir machen wieder die vermisste Person. Und wir machen jetzt den Rack, Rack. Ich bin sicher, dass ich ihn noch nennen möchte. Wo steckt der? Eigentlich gefühlt, braucht ihr euch das mal durchlesen, weil euch das alles anzeigt, wo ihr müsst. Was genauso lustig ist, dass es nur eine Aufzeichnung gibt es dafür. Seine Wagen stand in diesem Parkhaus hinter LA24. Weißt du wo das ist? Wo ich da Hausmeister war. Wahrscheinlich in der Tiefgarage, ja. Das zeigt an, direkt hier runter. Das wäre schon wenig zu cool gemacht, dass du direkt hier so runter springen kannst. Was ist da? Ach, die sind ja gerade richtig penetranten. Ne, ist doch nicht die Tiefgarage, das ist woanders. 160 Meter, okay. Was? Manchmal ist trotzdem cool, wenn du irgendwie so einen kleinen Roller oder so eine Fahrrad nutzen könntest. Das heißt ja, das ist ja cool. Bist du denn jetzt? Bist du nur recht rumgelaufen? Ja, links. Eieieiei. Ich bin ein paar ganz schön gelaufen, 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 gelaufen. Okay, jetzt muss ich hier lang. Alles klar, jetzt habe ich mich selbst gekillt. Okay. Das ist so ernst, dass ich mich jetzt so verlaufen habe. Ach ne, ich könnte so rutscheln. Sehr schön. Aber hier waren wir auch schon mal. Von der Hauptstory her. Oha. Durchsuche die Tiefgarage. Hm. So groß ist sie ja nicht. Drücke einsammeln. Ich hoffe, dass sie nicht so groß ist. Eieie. Ne, Geo. Kannst du ja auch. Ich wüsste, ich glaube, dass sie nicht so groß ist. Noch mal diese Kisten. Ah. Ah, hier geht die Tür auf. Geo, Geo. Ja, hinten am Rand. Ja, hinten am Rand. Jetzt kommen die ganzen T-Shirt rein. Boah. Du standst, du standst direkt davor. Alter Schwede. Hast du das jetzt schon eingesammelt? Ne, wir müssen noch. Durchsuche die Tiefgarage. Das ist ja lustig. Tiefgarage würde ich das innen nennen. Du bist ja noch einmal. Unerirdisch. Jetzt sind wir hier. Doch, das hat er ja angezeigt, dass wir hier rein mussten. Moment. Ach ja, Fahrstuhl komplett tätig. Ah, alles klar. Okay, okay, okay. Okay. Hier geht's noch ein Etasch-Timer. Was ist das? Ja. Das wird auch nicht so Glückwunsch waren. Ich bin für die Tür. Ich bin für die Tür. Ja. Ist hier irgendjemand? Hm. Ja. Filter liegt? Was? Strom benötigt. Geht uns Kabel lang. Strom, Strom, Strom. Baseball-Cards. Ah, ich muss doch was säurer alles sein hier drin. Naja. Ist hier mal hergekommen. Hier oben geht's nochmal lang über so ne Palette. Ah. Ja, ich hab's nicht gesehen, weil die auf uns alles gebrannt hat. Alles klar, das hat mir schon das Wort gegeben. Ich bin hier schon so klein gerade. Was ist hier denn da? Naja. 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 Ne, ne. Deine Angst. Naja. Naja. Fug's mal. Rögelisch. Bisschen lange noch eingestellt. Jetzt geht's richtig schon drinnen. ja jetzt kommt hier noch einer raus ich habe losgelassen zu hier haben wir eine batterie hier ist an der sicherung ja die sicherung mitnehmen auf dem weisen pick up die sicherung die konnten wir ja jetzt ist hier strom drauf ich habe das wasser doch schon abgedreht danke für nichts die säure die ball hat ja richtig extrem wieviel kommen denn jetzt hier doch mal was müssen selber dazwischen da wie ein granatwerfer ist Hinter dir. Oh, lecker Kotzebrocken. Hey, wir suchen hier. Da ist ja die Moon gegen meine AK. Alles klar. Schmerzerei. Das war auch noch mal eine D. Stimmt. Oh, schon länger nicht gemacht. Jetzt mit Ruhe. Jetzt mit Ruhe. 3 mal auch ganz schön. Wie viel sollen wir noch kommen? Was hast du gedacht? Ja, mit der Raserei. Ja. Boah. Wir haben hier gerade richtig Spaß mit den Zombies. Und noch einer. Diese Mission anspruchsvoller als der Haupt-Mission. Ja, sowieso. Und der Haupt-Mission war nicht so wie die Zombies. War lustig, dass da noch lebt. Ich bin das wohl froh. Oh. Ja, moin. Ihr muss dann auch was... Ja, mal die Vorsätze. Nein. Nein, da ist er im Arsch, oder? Nein, jetzt ist er tot. Es ist halt... Ich muss sagen, es ist trotzdem ein bisschen sinnlos. Der hat gerade noch gelebt. Den hätte man einfach auch mal leben lassen. Aber jetzt ist es halt wie gesagt. Jeder wird er tot. Hatten wir überhaupt einen Überlebenden? Nein, bis jetzt noch nicht. Das Finish ist halt das, was ich meine. Anstatt ihm mal sagen, okay. Gut. Gut. So. Raserei bereit. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.